William Maxwell Aitken, erste Baron Biverbrook PCONB, war ein kanadisch-britischer Verleger und konservativer Politiker. Er war seit 1910 Mitglied des House of Commons, nachdem er zuvor in Kanada ein erfolgreicher Unternehmer gewesen war. Im folgenden Jahr wurde er geadelt und begann, sich einen Pressekonzern zusammenzukaufen, zu dem der Evening-Standard und der Daily Express gehörten. Im Ersten Weltkrieg wurde Aitken von der kanadischen Regierung damit beauftragt, die alliierte Presse über den kanadischen Beitrag zur Kriegsführung zu informieren, was er unter anderem auch durch eigene Bücher tat. Hierfür wurde er 1916 zum Baronet und 1917 zum Baron Biverbrook sowie Minister of Information ernannt. Im Krewehaus leitete er die interalliierte Zusammenarbeit der Kriegspropaganda. 1918 war er kurzzeitig als Chancellor of the Duchy of Lancaster Kabinetts Mitglied. In der Zwischenkriegszeit hatte Aitken aufgrund seines Presseimperiums großen Einfluss. Dies zeigte sich insbesondere in der Krise des Jahres 1936, als die Zeitungen Aitkens jede Einzelheit der Affäre des Königs Eduard VIII. Mit der geschiedenen US-Amerikanerin Wallis Simpson und seiner Kontakte zu NS-Deutschland publizierten. Er lernte Toto Kuppmann kennen und führte sie in die Londoner High Society ein. Kuppmann war das berühmteste Model der Zeit. Während des Zweiten Weltkriegs war Aitken, der inzwischen allgemein als Lord Biverbrook bekannt war, zunächst Minister für Flugzeugproduktion. Dann für Nachschub. Er erreichte eine massive Erhöhung der Zahl der produzierten Jäger und Bomber. Nach Kriegsende tat er sich als Metzen im Vereinigten Königreich und in der kanadischen Provinz New Brunswick hervor. Daneben schrieb er diverse Bücher. Er lebte in Cherkli Court bei Learhead in Surrey, das er insgesamt mehr als 50 Jahre bewohnte. Nach seinem Tod im Jahr 1964 fiel sein Vermögen an die gemeinnützige Biverbrook Foundation, die sein Werk fortsetzt und zur Zeit von seinem Enkel geleitet wird. Aitken war zweimal verheiratet. Seine erste Frau, mit der er drei Kinder hatte, starb 1927. Im Alter von 84 Jahren heiratete er 1963 dann Mautschia Anastasia Christophorides, die Witwe seines Freundes James Dunn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017